servus liebe ball of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal in der nacht auf den heutigen freitag hat blizzard ein paar neue developer updates mit uns geteilt oder generell ein update bezüglich patch 10.0.5 der befindet sich bereits in der mache und so wie es sich liest kommt er jetzt demnächst auf den ptr zumindest haben wir schon mal die patch notes und was ganz interessant ist viele klassen werden richtig umgearbeitet wir werden jetzt in diesem video nicht auf jedes einzelne talent und sonst was eingehen dafür kenne ich mich bei den einzelnen klassen auch nicht gut genug aus dafür wird sich auch wahrscheinlich noch sehr sehr viel ändern an der geschichte aber ich kann euch schon mal einen grundlegenden überblick darüber geben bei welcher klasse bei welchem spec wird sich was ändern was passiert also neue talente oder einfach nur ein bisschen was umgetauscht das kann man auf jeden fall schon mal sagen wie vermutet kommt der handels post mit patch 10.0.5 ich verlinke euch das video oben in der ecke da könnt ihr euch das dann noch mal angucken ist letzten endes so ein mini free to play battle pass noch oder wird es erst mal sein ist denke ich eine kleine ganz nette spielerei für kosmetische sachen transmog pads mounts und so weiter und so fort dann droide da passiert einiges relativ interessantes also bei der klasse an sich gibt fähigkeiten die jetzt sofort gelernt werden es werden neue talente eingefügt generell auf der seite des droiden baums also auf der linken seite und bei den specs geht das dann noch ordentlich weiter die eule wurde umdesignt zumindest ein bisschen der tree ist jetzt bisher nicht wirklich spektakulär aber es gibt ein neues talent wodurch die dots schneller ticken auch das bärchen wurde umdesignt so dass zum beispiel dieses bären adept talent baseline ist also dass man es garantiert hat ohne skillen zu müssen es gibt insgesamt vier neue talente also das ist auch ganz interessant beim feral wurde einfach nur ein bisschen was umstrukturiert die reihen verändert bisschen schaden angehoben und so weiter und so fort weiter geht es dann mit umdesignten talentbäumen oder zum beispiel beim druiden kriegst ja wirklich sehr sehr viele änderungen und neue talente mit obendrauf das hast du nicht bei jeder klasse beim evoker wird halt ein bisschen was an verschiedenen talenten geschraubt zumindest an der heiler spezialisierung beim treff sicherheitsjäger gibt es ein neues talent und ein paar überarbeitungen beim mönch beim nebelwerker gibt es auch jede menge neue talente die meisten die bisher ein speck abkriegt und zwar alles in allem wenn ich nicht verzählt habe acht stück also da scheint blizzard nicht wirklich mit zufrieden zu sein und dazu kommen natürlich dann auch noch die üblichen anpassungen an talenten holy paladin gibt es anpassungen beim priester gibt es ebenfalls ein neues talent für die klasse als solches beim disziplin wird auch jede menge geschraubt also ihr seht wie viel das ist keine neuen talente aber an der funktionsweise der bestehenden wird ordentlich geschraubt beim holy ein bisschen und beim shadow genauso wenn wir uns hier gucken gucken der schamane der kriegt jetzt genau eine anpassung und das ist das heilungsflut totem da ist es noch recht spärlich sagen wir es mal so beim warlock wurden zwei talente umdesignt der bei der klasse beim gebrechen hexer gibt es auch drei vier änderungen davon eine ein neues talent wir haben noch den arms warrior also waffen krieger auch da passiert einiges sind fast durch die bank weg nur überarbeitung bestehender talente aber auch die bekommen ein neues talent mit oben drauf dazu gibt es dann auch noch so ein paar sachen dass die tatsache dass jetzt hier zum beispiel ork tauren draenei und so weiter alle klassen spielen können dass sich das auch widerspiegeln in den npcs die in der stadt rum flattern ist jetzt denke ich eine kleine nette nebensache die die welt halt ein bisschen lebhafter macht items und rewards das dürfte wahrscheinlich viele freuen weiße und graue items können zukünftig zum transmog verwendet werden also ich glaube das dürfte einigen gefallen waffen illusionen können jetzt auch auf artefakt waffen angewendet werden und es wird ein neues spielzeug geben und dann ein paar pvp anpassungen da gibt es bislang nur eine nebel wirker anpassung ein pvp talent ist jetzt nicht so viel und ein bisschen was bei den alten berufen aber das ist für den anfang schon mal jede menge und ich hatte es ja schon damals gesagt bei den ganzen ptr videos alpha videos ich will nicht für jedes video ein ellenlanges diskussion machen welches talent verändert sich wie weil ich kann euch garantieren dass wahrscheinlich 90 prozent der sachen wie sie hier stehen so wahrscheinlich gar nicht live gehen werden weil sich daran noch was verändern wird es zeigt die richtung wo ist blizzard nicht mit zufrieden das auf jeden fall alles weitere muss man dann halt im laufe der nächsten tage und wochen ein bisschen beobachten aber was dadurch halt auch feststeht es gibt oder patch 10.0.5 ist bereits in der mache und dieser patch bringt eben nicht nur diesen handels posten sondern auch einige überarbeitung für die klassen schreibt gerne mal in die kommentare was ihr davon haltet oder wo ihr sagt mit welcher klasse ihr absolut unzufrieden seid vielleicht aktuell und damit dank fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen